Als Teil der digitalen Einführungskampagne des neuen Kia Ceed schraubten wir eine 360-Grad-Kamera auf den Beifahrersitz und nahmen eine Fahrt durch Madrid auf. So kann man zum ersten Mal während der Fahrt in einem Auto herumnavigieren und es auf eine völlig neue Art kennenlernen. Unsere Stadtführer sind die Sexy Zebras, eine Band aus Madrid, die man aus der TV-Kampagne kennt. Zu bestimmten Features gibt es weitere Infos zu entdecken, zum Beispiel einen Film zur Rückfahrkamera. Und für die besonders aufmerksamen, verstecken wir die restlichen Bandmitglieder am Straßenrand. Das Ganze findet man auf der Webseite von Kia. Und dank einer Coop mit Google kann man es auch auf YouTube komplett interaktiv erleben. Schönen Dank! 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 Untertitelung des ZDF, 2020